Hey Leute, es ist der 5. September 2011 und es, wie man sieht, ist es ein klein wenig düsterer und creepiger und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich bin noch nicht fertig, was die Tales Doll angeht. Nein, ich hab's noch nicht vergessen und die Katze geht hier mal vom Lautstärkeregler weg. Nein, es ist jetzt 23.01 Uhr, Moment, ich zeig das mal eben anhand einer Giraffik, ich kenne sie beide an meinem Bildschirm, so, 23.01 Uhr kann man nämlich sehr schlecht sehen, super, dann sieht man's halt jetzt hier, 23.01 Uhr, so, okay, ihr habt's jetzt gesehen und das bedeutet, da mir ja auf YouTube mitgeteilt wurde, dass das durch die Uhrzeit vielleicht ein klein wenig verfälscht sein könnte, will ich das einfach jetzt nochmal versuchen und mal sehen, ob ich dieses Game dieses Mal überlebe. Und, äh, ja, zugeschaltet ist mir auch Ashley, die hat jetzt, äh, die sieht das jetzt alles noch auf ihrem Bildschirm und, ja, mal sehen, falls irgendwas passiert, dann, äh, wie gesagt, meine Sachen, dann bin ich die vererber, wie schon gesagt. Und, äh, an Tales nochmal, wenn du, wenn ich tatsächlich sterben sollte, dann, der, das, die Projektarbeit ist auf meinem PC gespeichert, ich hab die Voices bereits drin, musst du den auf dem Ordner d, ähm, d, Doppelpunkt, Slash, Schreckprojektarbeit, da kannst du's dir runterladen, da steht Voices Only als Ordner. Da ist der Film drin. Okay, denn bis gleich. Und, äh, ja, ja.